ja damit ein herzliches willkommen zurück zu let's play fiesta online weiter geht es hier im alleingang gegen rino könig bisher noch keine gruppe in sicht deswegen geht es wieder alleine gegen die ich halt leider so was will ich machen aber schon ein bisschen der mensch raus flotte ich brauche doch gar nicht dass mich in ruhe ok platter brauche ich noch nicht also vielleicht ich habe nicht alle quests angenommen die neuen kann ja sein was 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 Ich sag mal, wo sind denn die Leute? Warte, ihr hört keinen Saumel herum. Die Leute, ihr hört keinen Saumel an. 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 Und den Part, die 80 schafft man. So, nun machen wir die ersten 20 auch noch alleine. Naja, passt schon. Krieg mir alles hin. Was wollt ihr jetzt? Was wollt ihr? Das war's für heute. und der nächste rino könig 75 prozent super 2.5 mm 2.5 mm 3.5 mm 4.5 mm 4 mm 5 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 11 12 length 12 10 10 11 12 13 13 14 Ich hoffe sogar über 80% Nice! Und der nächste Kaste Wenn Sie wieder Was zu wollen, häh? Und dann, ich sehe. Okay. Und der nächste Rhinobruder hier. So, Mensch, haben wir viele Könige zum Fall gebracht. Eine klasse Leistung hier. So, jetzt kommt die Rhinobruder. So, jetzt kommt die Rhinobruder. So, jetzt kommt die Rhinobruder. Und 80%, nice! Dann geht's gleich weiter hier. Noch ungefähr 40 mal killen, dann hämmern. Ich glaub, dann hat der Rhinokönig genug. So, jetzt kommt die Rhinobruder. So, jetzt kommt die Rhinobruder. Und abgeben. Und der nächste. Noch 19% bis zum ab. Hätten wir schon, hätten wir eine Gruppe gefunden. Aber so ist halt. Und meh. Und wir können die Rhinobruder. Nice! Okay, 82%, die letzten 80% knacken wir bestimmt im nächsten Part, wenn es wieder heißt Fiesta Online. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao, macht's gut!